Hallo, ich bin Lara. Ich bin Auszubildende Automobilkauffrau im dritten Lehrjahr bei Automobile Müller. Ich verkürze meine Ausbildung, das hat mir das Unternehmen ermöglicht. Da freue ich mich sehr darüber. Meine Motivation, den Beruf zu lernen, ist einfach meine Freude an Fahrzeugen und die Begeisterung teilen zu können über das Automobil. Ich freue mich sehr darüber. Ich möchte euch heute unser Unternehmen vorstellen und die Ausbildungsberufe, die wir hier haben. Und ich würde sagen, wir gehen los. Kommt mit! Jetzt besuchen wir Luise in der Motorradwerkstatt. Hallo Luise, was ist dein Ausbildungsberuf? Mein Ausbildungsberuf ist Kfz-Mechatronikerin mit Schwerpunkt Motorradtechnik. Und in welchem Lehrjahr bist du jetzt? Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Was macht dir daran am meisten Spaß? Die Vielseitigkeit in dem Beruf, dass jeden Tag neue Aufgaben kommen und man immer etwas anderes zu tun hat. Sehr cool. Und weshalb hast du dich für die Ausbildung entschieden? Dadurch, dass ich selber Motorrad fahre, bin ich schon einmal sehr motorradbegeistert. Und das macht natürlich dann auch selber Spaß, im Vorhalt rumzuschauen. Finde ich richtig cool und super klasse. Vielen lieben Dank! Wir besuchen jetzt unser Karosserie- und Lackzentrum Kala. Wir schauen jetzt zu Richard in die Kala. Hallo Richard! Guten Tag! Welche Ausbildung machst du? Ich bin aktuell im zweiten Lehrjahr als Kaufmann für Büromanagement. Und macht dir das Spaß? Ja, sehr tolle. Sehr cool. Was ist so dein Tagesablauf? Also ich mache mit den Kunden Termine und gebe dann, wenn die Fahrzeuge fertig sind, gebe ich den Kunden die Fahrzeuge wieder zurück. Ich mache auch den Wareneingang von den Lieferanten und sortiere dann die ganzen Dokumente ins Archiv ein. Klingt sehr interessant. Was machst du am liebsten dabei? Also sehr interessant ist, wenn mir Kollegen neue Aufträge geben und ich neue Arbeitsabläufe kennenlerne. Sehr cool! Vielen lieben Dank Richard und viel Spaß noch! Danke! Ihnen auch! Und jetzt geht es in die Karosserie-Abteilung zu Sebastian. Hallo Sebastian! Hallo! In welchem Lehrjahr bist du? In welchem Ausbildungsberuf machst du? Ja, also ich bin der Sebastian, ich bin 24 Jahre jung, mache hier meine Lehre zum Karosseriebauer beim Autohaus Müller in Leipzig und befinde mich zurzeit am Ende vom ersten Lehrjahr. Sehr cool! Und macht dir das Spaß? Ja, selbstverständlich, sonst hätte ich das auch nicht ausgewählt. Der Beruf ist sehr vielseitig, jedes Auto ist anders, es ist immer was Neues da. Deswegen ist unser Tagesablauf auch nie vorauszusehen. Es ist immer, jeder Tag ist anders, jedes Mal eine neue Herausforderung und ja. Sehr cool! Und was hat dich motiviert, den Beruf zu lernen? Ich wollte sehr gerne was mit Restauration zu tun haben. Und da ist der Karosseriebau natürlich sehr, sehr vertreten bei dem Beruf. Es geht bei Restauration um alles, aber die Karosse ist das, was beim Oldtimer meistens verändert werden muss, was eben instand gesetzt werden muss und das ist das, was wir hier auch machen. Dann ist das ja absolut passend. Ich danke dir für deine Zeit. Dankeschön! Kommt zu den Azubi-Wochen bei Automobile Müller vorbei. Ich freue mich sehr auf euch, meldet euch an und wir sehen uns. Bis dahin!